Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute backe ich nicht, heute koche ich nicht, sondern ich möchte euch heute einfach nur informieren. Und zwar schaut mal, ich habe hier einen Ordner mit lauter Rezepten. Ja, früher hatte man ja kein Internet und wenn man Interesse an einem Rezept hatte, dann wurde das aufs Blatt Papier geschrieben. Ja, und hier in diesem Ordner befinden sich ganz, ganz viele Rezepte, viele Familienrezepte und das wird zukünftig meine neue Playlist sein. Und da kommt alles rein, was ich hier aus diesem Ordner zubereiten werde. Ich muss erst mal schauen, ob ich nur den Thermomix nehme, nur die KitchenAid oder das beides kombiniere. Das weiß ich noch nicht so genau. Auf jeden Fall werden die Rezepte alle unter den Videos stehen und dann könnt ihr das nachmachen. Wenn euch die Information hier jetzt gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid. Ihr seid vielleicht mit dabei zu meiner neuen Kategorie Familienrezepte. Ja, und abonniert meinen Kanal kostenlos, empfehlt mich weiter und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!